Fünf Jahre sind das Minimum. Ohne Rückfahrschein. Willkommen in Mascara. Wir werden aus Ihnen Soldaten machen, denen es gebührt, der besten Streitmacht der Welt zu dienen. Ihnen steht eine harte Ausbildung bevor. Wir befinden uns im Krieg. Schwächlinge können wir nicht gebrauchen. Tote ebenso wenig. Wir brauchen unbesiegbare Kämpfer. Darum geht es in der Legion. Es lebe die Legion! Untertitelung des ZDF für funk, 2017